Hallo und willkommen zu Clash Royale. In diesem Video möchte ich euch einen Angriff von dem Clan Krieg zeigen von mir. Und zwar habe ich mit einem Bowler Walk und einem Queen Walk kombiniert die Base, die wir hier sehen, komplett zerstört. Gut, starten wir mal. Als erstes ging es mit dem Queen Walk los. Und zwar hier unten. Ziel war es, eine Schneise in die Base zu schlagen, und die Clan Bock-Truppen zu zerstören. Jetzt wurde die Queen geraged und mit einem Gift die Clan Bock-Truppen verlangsamt und etwas Schaden zugefügt. Perfekt. Clan Bock-Truppen sind down. Die Mauerbrecher sind leider nicht dorthin gelaufen, wo sie hinlaufen sollten. Aber war überhaupt gar kein Thema, wie wir gleich sehen werden. Die Queen hat schon mal eine sehr gute Schneise geschafft. Die Luftabwehr noch ausgeschalten. Und auf der anderen Seite konnte ich mit einem kleinen Bowler Walk auch eine kleine Schneise machen. In der Mitte bin ich jetzt mit dem Hauptangriff in die Base hineingegangen. Habe einen Sprung gesetzt. Die Truppen geraged. Die wurden gezündet. Und wie man jetzt sieht, ist das Rathaus down und easy zwei Sterne schon bekommen. Auf der rechten Seite sehen wir noch einige Bowler. Sogar einige wegfliegen. Da habe ich noch einen Heildrank drauf geworfen, damit die Truppen etwas länger aushalten. Hätte man auch schon eher machen können. Gut. Auf der rechten oberen Seite habe ich mit einem Riesen als Tank und einem Magier etwas aufgeräumt. Genauso hier oben, wie man gerade sieht. Allerdings war die Defense noch so stark, dass der eine Riese nicht sehr viel tanken konnte. Und so mussten jetzt die Queen unterworfen und die paar Bogies den ganzen Rest noch zerlegen. Die Bogies habe ich möglichst gut platziert, so dass die Helden nicht mehr nach außen mussten. Sonst hätte es mit der Zeit nicht gereicht. Die Queen habe ich gezündet. Und jetzt ist die letzte Verteidigungsanlage zerstört. Wie man gut sieht, die beiden Bogies hier unten tun ganzer Arbeit. Und jetzt versucht die Queen erst mal durch die Mauer zu kommen. Aber glücklicherweise auf die Sekunde genau haben die Bogies die letzte Bauarbeiterhütte noch zerstört. Sehr gut. Das war mein Drei-Sterne-Clankriegsangriff, den ich euch jetzt zeigen wollte. Ich hoffe, er hilft euch weiter. Vielleicht habt ihr die Kombination auch schon mal gesehen. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.